so willkommen zurück das mache ich selber und das mache ich auch selber willkommen zurück in der doda to azen championship im lower bracket final im spiel zwischen team secret und big god und zwar team secret hat bisher eine ein gutes erstes super erstes game gemacht ist jetzt 1 0 vorne und quasi einen win entfernt vom grand final in dem international 4.5 wie die meisten sagen ähnlich groß ähnlich im sachen preis puls im vergleich zum anderen geht aber naja einfach ein fight fehlt noch team secret stark big god aber auch und das wird ein entscheidendes match ich kann mir ganz gut vorstellen dass es in game 3 gehen wird das kommt halt ziemlich stark auf den draft drauf an wie es aussieht wieder die bands liken und chen sind raus von daher wird es hier kein super einfaches game für team secret mal schauen ob wir diesmal nicht mehr sehen und papi und mal schauen ob es weitere unterschiede geben wird nach dem anderen genau das hier ist das lower bracket final danach gibt es das spiel im platz 3 das consolidation final was technik hat kein lower bracket final ist denn das spiel im platz 3 ist ein abgetrenntes finale es kommt auf semantics an daten bts hat auch schon so eine diskussion darüber ob das jetzt das lower bracket final ist denn dann müsste es ja mit dem top final übereinstimmen was das technik tut ist jetzt so eine sache was man ins finale nimmt oder ob man jetzt sagt okay es gibt einen lower bracket final ein loser upper bracket final und dann gibt es grand final und das spiel im im englischen was bei uns immerhin spiel im platz 3 heißt dann weiß man direkt was gemeint ist darum geht es jetzt hier der verlierer dieses matches geht im also geht nach diesem match ins spiel um mit ig um spiel im platz 3 der gewinner dieses matches bzw der gewinner dieses best of threes geht ins grand final und spielt um 2,x millionen euro okay er technisch nicht ganz nein wir gewinnen ein bisschen weniger der breit spiel ist insgesamt auf 2,5 millionen oder so ähnlich davon gibt es natürlich nicht alles aber es geht auf jeden fall um viel geld biggott kriegen hier dieses mal selbe piks äh selbe bands übrigens von beiden teams aber diesmal kriegen biggott im badrider kein first pick hier von team secret im secret kriegen in shadow fiend ist natürlich artisi shadow fiend sehr sehr stark erhält aber dafür kriegen biggott sniper und badrider zwei helden die eine super synergie sind denn kann leute festhalten und wenn es sind kann sniper ohne probleme draufhauen und das macht es sehr gerne auf sich nicht bewegende beziehungsweise bewegende ziele schießen hauptsache sind weit genug entfernt als shaker wieder mal von team secret nach der letzten performance von korokai die so unglaublich gut war dieses mal noch mal und bin gespannt wie sich korokai in diesem spiel schlägt besonders gegen sniper sollte es in der sun fähigen gegen badrider ist es halt auch immer so eine sache wird schwierig die fischer anständig gegen badrider einzusetzen aber halt auch für die erste initiation für die erste counter initiation ist die fischer halt immer ziemlich gut auf dem badrider bis er das bkb hat lion bahn broad mother bahn tatsächlich die musik müssen ja aufpassen ich rechne für biggott jetzt mit dem enigma bahn bei team secret bin ich mir nicht sicher ob irgendwas in richtung troll geht richtung ex geht das sind die helden noch drin sind aber jetzt gerade so richtig in den playoffs bei den großen teams so ein bisschen vergessen hat geraten nicht stark gepickt außerdem juggernaut haben im letzten game gar nicht gesehen der meistens 100 prozent pick und ban rate hatte meistens auch halt einige von diesen quasi normalen helden ein bisschen vernachlässigt aber in den playoffs sehen wir auch weniger diese 20 30 minuten games und weniger diese 50 60 minuten games sondern halt mehr so 30 bis 40 minuten am ende harte fights und dann wird das ding entschieden team secret wieder mit dem ancient abition bahn wieder ein bisschen das so viel hingehen wollen vielleicht auf dassel gehen die kopp tatsächlich diesmal fest vorgebannt hat er auch einige gute performances mit der sowohl badrider als auch sniper sind helden die auf bkb relyn um den damage aufzuwehren und da wäre so eine pure damage scream doch eine schlechte sache bzw wave of terror ich habe das dumme gefühl dass team secret jetzt hier für puppy einen enigma picken wird mal schauen ob die lanes soweit ganz gut sind das problem ist halt immer badrider ist ziemlich gut im sex zu fahren und um den dschungel so ein bisschen unsicher zu machen da ein bisschen erfahrung raus zu nehmen je nachdem wie aggressiv rtk auf dem badrider hier spielen wird kann auf jeden fall sehr viel sehr präsent auf der lane sein und das ist dann halt auch schon starker starker nachteil wenn die lane schwach ist haben wir im letzten game gesehen da hatten wir einen sei badrider der gegen rtks tight hunter richtig geohnt hat frühes 2 0 6 6 minuten 30 blink dagger bekommen und das sollten secret hier auf gar keinen fall diesem rtk badrider geben sei ex für eine coole sache mal gespannt ob team secret hier so aggressiv gehen wollen oder ob sie es irgendwie länger bringen wollen allerdings big god hat hier schon ziemlich scary late game sache ziemlich gutes ziemlich gutes line up mal schauen ob java 8 den sniper spielen wird oder ob es burning wird und es sieht nach java 8 auf dem sniper aus nach dem juggernaut ja dann doch eher ein held für burning ist würde ich jetzt mal sagen jaga sniper badrider ziemlich ekel eklige kurs die hier schon mal rauskommen für biggott da muss team secret schauen zwei bkb helden plus einen plusen spin hält da ist der beste hält aber auch gegen juggernaut um ihn abzuhalten sehr gute sache mal schauen ex wäre aber auch eine ziemlich gute sache gegen jugger gegen sniper badrider kann man machen wenn sie aggressiv gehen wollen so ex der selwehr durch das drinnen engine vision ist gebannt würde sich anbieten das hat auch so ein ding entweder stoppen sie oder nicht entweder stoppen sie oder gewinnen hier nicht das ist mal schauen wie sie es machen wollen haben auch noch einiges an reserve zeit puppy hat hier genug zeit sich zu überlegen es war doch die sache team secret ist immerhin einzeln vorne können sich überlegen und gehen hier mit im clockwork der natürlich gegen snapper super gegen badrider einigermaßen gut und auch gegen juggernaut ziemlich cool der erst mal nicht reinkommt aber rein omni station kann das hat auch so eine sache mal schauen auf jeden fall clockwork place von sei der auch einen ziemlich guten clockwork spielt muss aber auch funktionieren letzte zeit tatsächlich in den letzten tagen wieder öfters clockwork gesehen aber sonst sehr weit weg vom meter es freut mich dass er wieder drin ist clockwork sind ziemlich cooler hält die frage ist halt so richtig für was juggernaut nahkämpfer sniper schnell ranzukommen ist okay besonders weil die mensch draußen ist aber keine ahnung trotzdem kann hier noch ein enigma kommen für us check initiation danach black hole rein und da haben wir schon den perfekten held wieder ein landen rubik der zumindest das black hole jetzt gerade ein bisschen schwieriger macht für team secret trotzdem black hole ist trotzdem möglich wenn clockwork hier lenham raushält das problem ist halt wenn rubik im spiel ist kann prinzipiell papi kein black hole machen vielleicht ein bisschen greedy letztes mal auch einen entspann gesehen vielleicht sehen wir das dieses mal wieder diesmal von team secret papi entsch hat auch schon länger nicht mehr gesehen mal schauen als support bietet sich hier für team secret noch die der skyrath mage an für nicox den mystic flair rein zu machen hatten wir vorletztes game ganz gut gesehen bei vg die ist doch recht überzeugend hier gespielt hatten aber papi lässt sich zeit mal schauen ob sie nicht mehr wird oder ob es doch was anderes wird haben wir ja durchaus noch eine hard carry zu picken sich überlegen ob es etwas ist was gebannt wird oder ob sie jetzt hat er den hard carry picken wollen ob sie jetzt eher den support picken wollen aber es kommt der nicht mehr von papi papi ist konfident dass er nicht gestoßen geklaut wird oder dass kuro als erst schicke direkt da ist um das black hole stil schnell wieder abzubrechen kann natürlich auch sein da habe ich schon einige balls dann in lennem rubik das black hole reinzupicken reinzupicken aber klar wenn es funktioniert es ist super scary aber sie haben prinzipiell omni slash und das bad red er lasso um das black hole abzubrechen und rubik sie bloß eigenes black hole in die gleiche stelle zu setzen das sind so die möglichkeiten die hier big gott bisher schon haben das black hole abzubrechen also gar nicht mal so die schlechtesten windranger raus carry windranger dachten sie das ist interessant witch doctor als letzter bahn raus ja als starker supporter hier noch was ist noch übrig unter anderem und ogre und kommt es vor als vergesse ich was mal schauen sind ja nicht mehr so viele sekunden da silencer support silencer für big gott ok so kann man nicht mal und erst schicke auch aufhalten ist jetzt sowohl silencer der außerhalb des black holes sein muss als auch rubik was ganz praktisch ist weil naja die anderen helden wenn sie so weiter vorne sein trotzdem ist ja das ding wenn sniper hinten steht und die supports ähnlich daneben kann so ein black hole da in die richtung hat auch schon ganz effektiv sein müssen sie halt schauen clockwork kann einen raushalten erst schicke kann dann raushalten und dann kann das hole kommen von daher black hole in shadow fiend ulti regimen of souls macht natürlich auch immer sehr viel spaß und ist so eine potente kombo das wahrscheinlich papis auch nicht abgeben wollte trotzdem der silencer könnte einige probleme für team secret machen wenn sie das rausbekommen troll warlord als carry ok ist zwar keine worst roll trotzdem troll plus shadow fiend ist ein starkes duo definitiv troll mit skadi ist auch einigermaßen tanky um eine battery initiation gegen sniper zu überleben kein bkb kein butterfly hält im gegensatz zu shadow fiend wo sniper halt auch ein frühes mkw meistens baut wo das sehr sehr einfach zu kontern ist ein troll von team secret troll ist ein starker hält die frage ist ob es hier reicht und ob einer der mensch sollte vorhanden sein es kommt für mich hauptsächlich aus auf early game exchanges an wie sei sich clockwork hier hier macht und naja wie hat die late game black holes einfach liegen im late game ist das sehr viel abhängig von guten engages von battery initiations und von enigma black holes wenn ja wenn wenn ortk es hier hin bekommt halbwegs die black holes aufzuhalten sieht das schon recht gut aus für bg hier aber das kommt doch alles wieder auf die place an und will die lanes verlieren was ja im letzten game hauptsächlich an sei es badrider lief diesmal steht es an ortk sei zu zeigen dass er auch einen guten batterer spielt dann erste pause von artisi der sagt get the fuck out of here ich keine ahnung muss weg okay das lässt uns seit die teams zu introduce und wir haben papi auf seinem signature enigma sehr schnelles sehr schnelles jungling was halt so sein kohls secret kroki kurokai auf dem erstwerke der letztes game schon eine sehr gute performance auf dem hero abgelegt hat im first blood beschert hat mal schauen dass dieses game genauso laufen wird besonders halt fissures kann man hier so in die richtung hier die fissures laufen kann man hier eventuelles machen am artisi in der mitte auf dem shell fiend auch so eine art signature von ihm treu warlords es vor auf dem carry preu ist ein starker held mal schauen wie das ist verpasst und sei auf dem clockwork auch ein held auf dem man ihm öfters sieht dagegen haben wir bg die 1 0 hinten sind und dieses game unbedingt gewinnen müssen und naja das liegt hauptsächlich an ja wait auf dem sniper wenn er die guten den schnellen er knopf drückt und black holes oder so solche dinge halt schnell verhindern kann auf dem silencer im artikel der auf dem badrider hoffentlich die nicht jährigen für biggott rausholt ice ice der die black hole stils perfektionieren muss oder sonstige besonders auch die fischer stils im mit game sind da sehr sehr interessant und last but not least das team um denen das ganze biggott basiert und gesendet ist the biggott personal himself burning auf dem juggernaut das habe ich jetzt zeit gelassen aber trotzdem ist die pause nicht da artisi ist noch nicht ganz zurück und ja wenn man pause man schenkt chat denkt dass secret hier biggott outgraftet haben bin ich ganz sicher das hat auf jeden fall viel um das black hole zu zu countern vielleicht ist deshalb halt auch das problem dass einfach silencer sonst nichts gegen troll macht klar aber sachen sachen last hit badrider haben sie sniper haben sie juggernaut haben sie das ist schon gutes line up gegen troll und shadow fiend beide teams haben sehr viel damage und einige aber sind auch einigermaßen tanky aber es kommt alles auf initiation an wer die einfache initiation hat bin ich mir gerade nicht so ganz sicher biggott muss in teilen nur erdrücken wenn es in sachen rubik geht wenn es in sachen global silence geht sehr viel von position abhängig aber solange sie auseinander stehen sollte es passen dafür artikel auf dem badrider wird hauptsächlich dafür sorgen dass die gegner zu ihnen kommt hoffentlich auf die eine oder andere warriante bei secret klar papi sehr davon abhängig ob er die guten black hole sitzt auch kuro wartet auf die richtigen möglichkeiten die dunks und die fischers gut zu setzen aber das hat im letzten game schon gut gemacht von daher haben wir da wahrscheinlich auch vertrauen drin gut artisi muss erdrücken im black hole wir haben sei hookshots sind so eine sache zu treffen sollte aber eigentlich gehen trotzdem dass er in den support sind ein bisschen verwüstung anrichtet und verwirrung ist das warum er gedraftet wurde und das muss er doch schaffen muss zur richtigen zeit auch da sein wenn er halt weit genug weg ist den hochschott verkackt und dann nicht rechtzeitig kommt um im feite teilzunehmen das wäre so das schlimmste was sie passieren könnte naja und dann wäre es vor der treufe haben muss und mit troll ausrasten muss und es ist immer noch pause den kaffee lässt langsam nach aber der kaffee rummott auch sehr in meinem magen und daher will ich nicht noch eine pause wie letztes geben machen müssen sind zurückhalten das ist ein snowball game auf beiden seiten sniper kann ausrasten kann ausrasten badrider sowieso aber halt auch troll clockwork und shadow fiend sind halt sehr starke snowball helden die sind wie sie vor die sie mal schauen ob sie laufen wird sie vor die sie ist anscheinend aber nicht das netzwerk setup oder sein pc der gerade ein bisschen schwierigkeiten zu machen scheint schauen mal in den chinesischen stream ein der diese schöne halle in shanghai zeigt und schauen mal ob wir da was zu sehen ob es da vielleicht weitergeht ob man da sieht was passiert ist ob sie noch da ist ob er die sie umgefallen ist aber roma tv lädt gerade nicht okay ach da kommt ja morgens 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 noch sehe ich nicht da noch ist aber auch umau tv lädt auch nicht das chinesische stream auch da und bisher 320.000 zuschauer bts ist glaube ich bei knapp 100.000 sl tv auch und wir sind bei knapp 50 zuschauen ist langsam wach deutschland auf guten morgen deutschland ich bin euer ztf morgen magazin und wir bringen müssen was interessantes nämlich doto das chinesische stream ist auch ein panel und daher auch die warten gerade wir sehen leute im hintergrund die was tun mal schauen ob ich den channel aufmachen kann ja schien ist das team sind auch die kappen die pendels am labern im hintergrund hier ein bisschen bewegung noch in dem booth zumindestens auf der seite von secret wird aber naja wird dann noch ein bisschen dauern in game atur ist immer noch nicht da ach du bist du tja 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 t Aber, naja, wir streamen auch schon seit 6 Stunden nun. Und haben ein Spiel hinbekommen. Way. Wir haben prinzipiell 2 recht kurze Spiele gesehen. EG gegen VG. War dann doch irgendwie schneller vorbei, als es angefangen hatte. Und dann war ein Invoker-Fun-Match und irgendwie 3 Stunden nichts. Wie das irgendwie auf so einem Laden gerade so ist, dauert es doch alles sehr, sehr lange. Und das, wenn es um 4 Uhr beginnt. Hm. Ja, Death Prophet. Schönes Cosplay. Jo, ist aber soweit eigentlich ganz okay. Vielleicht wackelt es ein bisschen, aber... Sieht nach Death Prophet aus. Wir hatten ja auch Night Stalker. Was war das, Night Stalker? Was eher eine Mitte gekosplayt hatte. Wobei das irgendwie danach irgendwie abgewaschen zu Quop kam. Nee. Natur. Immer noch keine Natur im Game. Immer noch Pause. Immer noch nichts vorhanden. Tja, 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 tja. Es ist so langsam hell geworden. Ein Kaffee wird weniger. Ich hab noch ein bisschen Kaffee, aber das kript mich ein bisschen stark. Pause-Game, Pause-Game, Pause-Game. Die Jacke von Versace. Ja, die Jacke ist ziemlich cool bei dem Rechts. Ich hab ja auch eben bei dem Invoker Showmatch mitgespielt. Invoker Wars. Was aber, naja, ein bisschen... Ein bisschen nicht so toll war. Keine Ahnung. Es sind irgendwie Dinge passiert. Ganz viele Tornados geworden geworfen. Ganz viele Sunstrikes. Dinge sind passiert. Niemand wusste wirklich, wie das Spiel funktioniert. Leute haben sich gegenseitig... Invoker's um die... Um die Ecke geworfen. Aber ansonsten... Weiß ich nicht. War ein bisschen komisch. Why are we paused? Oh, TZ ist weg. So wirklich... Im Grund wackelt es nicht in der... In der Secret... In der Secret... Secret Booth. Was heißt Booth eigentlich auf Deutsch? Na, prinzipiell ja eigentlich irgendwie... Hütte. Kammer. Hm. Kein Stress. Was ist es jetzt? Ungefähr plus sieben Stunden, glaube ich. Also 17 Uhr, 5 Uhr. Gute Zeit, um runter zu gucken. Top Zeit. Sonntags um 17 Uhr. Ja. Alles okay. Die sind... Ja. Jetzt auch seit sechs Stunden auf den Beinen. Die haben wir wahrscheinlich gut geschlafen. Hm. Andererseits stimmt das. Hier ist das Team ein bisschen Delay. Von daher müssen wir jetzt auch aufpassen, dass es nicht... Wenn es ihn weitermacht... Ha. Atisi ist auch genau mit dem Moment zurückgekommen. Von daher... Geht's jetzt auch weiter. Atisi ist wieder da. Kann's gleich losgehen? Ja. Und jetzt geht's los. Game 2. Secret gegen Big God. Und mal schauen, wie den geht. Nooo. Nooo. Cratisi. Welp. Hm. Was soll ich dazu sagen? Ich muss mir kurz Stress abbauen Item Bug Okay Artisa hat ein Item Bug Konnte bisher noch nichts kaufen, stimmt, hat auch nur zwei Branches Das ist vielleicht keine gute Mit-Items Das ist doof Bisschen hier hinten rum Sie tippen auf ihren Tastaturen rum Aber nein Er ist doch der Einzige, der in der Tastatur ist Und Makros Skills übt Aber es geht weiter, ich höre ein Bonbon Ein Pongpong Und Ja Nächste Diskothek von Artisi Große Probleme Kann nichts kaufen, müsst ihr es bitte Vielleicht müssen wir hier sogar ein Remake warten Wenn er es nicht gefixt werden kann Ja, Facepalm von Lenin Aber Lässt sich halt nichts üben Dieses Gesicht von Papi Meh Und auch Kuro Ist nicht amused Und dieses Gesicht gibt Genau das wieder Was er gerade so ist Meh Nee Und schon mal reconnecten Und Try again Kaufen Nope Nichts Nichts Schade Immer noch nichts Ein Tord für sich Ein Tord für sich Ah Tisi Hm Ja immerhin Haben sie Spaß Aber naja Tisi ist jetzt auch gerade so Meh Was soll ich tun Die Hände nicht am Nicht am Keyboard Kann er nichts machen Hm Schade Wir kommen zum Sport Dem Item Bugs Aber gut Durch dieses Team Ich glaube ich 5 Minuten Verzögerung Das dauert noch ein bisschen Und ja Hm Ja Die Worts gibt es dann auch Auf YouTube Können wir den Channeling Posten glaube ich Die Zeit haben wir ja Leider Ein bisschen Werbung machen Das ist der Link Ups Och ja Ja gut Okay Und jetzt ist das Bildschirm schwarz Weil ich kurz All Tab gedrückt habe Wir hören ein weiteres Go Mal schauen ob es jetzt geht Oh 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 Und Es scheint zu gehen Oh gut Ausgezeichnet Das Spiel ist on Nice Nice Ja definitiv Nice nice Endlich kann es losgehen Und wir schauen ja Atisi wird nichts kaufen Und auf eine frühe Bottle gehen Sieht danach aus Aber er kann den Shop öffnen Was vielleicht um die Bottle zu kaufen Das doch ganz gut ist Und okay Mit einem frühen aggressiven Ward Der nicht blockt Aber immerhin die Pulse sieht Und auch Early Rotations Und eventuell einen Smoke Der hier gezündet wird Sehen kann Secret Sehr defensiv Gucken mal Dass sie sich hier platzieren Und dann die Rune contesten Top Auf der Bottomlane Haben wir die Trading Ice is Ice Burning Und Jawa 8 Erstmal Müssen halt schauen Jawa 8 wird wahrscheinlich Die Rune holen Und ein Support In dem Fall Lanham Wird wieder mal Ich will nochmal da gucken Äh Ne Der Gewinner dieses Matches Tatsächlich kommt ins Grand Final Also der Gewinner des Best of Threes Hier geht's Loser Bracket Final Äh Lower Bracket Final Secrets sind halt Down gekommen Nach dem Loss Gegen IG Oder gegen Vici Nicht sicher Egal Und Müssen sich halt jetzt So langsam zurück ins Grand Final spielen Sie haben diese Chance Und die nächste Chance Playoff Brackets sind da Dann ist Liquid falsch Hm Ne Vici gegen To be decided Prinzipiell Wir haben vier Teams drin IG hat schon Im Upper Bracket Ist schon raus Das heißt IG wird es nicht mehr sein Und dann haben wir halt nur noch Diese zwei Teams hier Das heißt Einer von den beiden Muss halt reinkommen Ah Sai wird jetzt Geslashen Können sie ja First Blood sein Das sollte gehen Ah Ja die Cox reichen nicht ganz First Blood An Ice Ice An Ice Quadrat Burning kriegt einiges an Damage Aber Geht noch lange nicht Down Zwei jetzt wäre noch mehr gebracht Das hätte man nicht bekommen Das wird auf der anderen Offline Nicht so schwer Äh Nicht so einfach sein RTK Ist schon Level 2 Kann hier auch sehr sehr einfach Über die Fischer Rüber fliegen Von daher So easy First Bloods Wird es hier nicht geben Tja Außerdem sei Wird ihn eine böse Zeit haben Gegen Lennon Den Harresten wird Ist keine so gute Sache Aber dafür haben sie ja Papi Papi Level 3 Nach einer Minus 30 Casual Papi Style Wie das halt so passiert Wird sie eclips Und wird farmen 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 Mal schauen wie weit RTK bei ihm vorbeigucken wird Oder in wie weit Er ihn ignorieren wird Versucht von RTK Hier den Block zu machen Aber Schön gemacht von Kuro Dass er den holt Kriegt nicht ganz ins Deck Aber verhindert Den Pull Through Oder den Pull in den Tower Aber Ja RTK Muss jetzt hier Sein Pfeiflein machen Kommt halt hier einfach zurück Aber das ist halt auch das Ding Kuro muss halt Aufpassen Nein Aber ist nicht Nicht im Problem Es vor Versucht bis zur Saison Aber ja Passiert auch nicht so viel Sai Kriegt guten Damage Muss halt sehen Wie er klarkommt Muss wahrscheinlich Auf die Bottle gehen Danach sollte er gegen den Harris Einigermaßen klarkommen Trotzdem aber Erstmal eine schwierige Offlane Für Sai Und Recht einfacher Für RTK Obwohl er jetzt Keine Regen mehr hat Und die Bottle Ist noch einige Zeit weg Hat nur zwei Lastets Und muss dann auch Ein bisschen warten Bis er halt Anständige Lastets bekommt Papi Nach drei Minuten Level 4 Wird dann demnächst wohl Das nächste Level Guckt ihr auch Dass er den Stack bekommt Und Wie sieht es aus Kriegt ihn auch Tja Casual Papi Games Wie sieht es ansonsten aus Wir haben ja noch die Mitte Den wir gar nicht hingeguckt haben Zhao 8 als Sniper Ist 14 zu 4 Gegen den Shadow Fiend Der ist 14 zu 3 Also super even in der Mitte Artizi gegen Zhao 8 Kriegt jetzt auch ein bisschen Support von Ice Ice Der die Rotation macht Artizi ist low Muss ich jetzt hier zurückziehen Hat den Schrapnel Bottle Charge ist leider nicht vorhanden Aber wird jetzt hier halt Auch schön lange hinter dem In dem Kuri herlaufen Damit er nicht zu weit zu gehen hat Oh und hier oben geht tatsächlich RTK down Weiß ich nicht Muss halt Nach rechts fliegen Und nicht nach Nach unten Einfach weil S4 da war Haben ihn tatsächlich down bekommen Tja und der Haupte Damage Kam halt von S4 Der genug Zeit hatte Anscheinend den Kill zu machen Nicht gesehen Sorry Ich geloge besser Sei Hat sich ne Bounty ohne gesnackt Tatsächlich Bei 400 Gold Hat nicht so viel Wie Batrider Der Ist bei 2 Doppelt so viele Last Sits Ah sei 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 Naja Aber dafür Dass die Offlane Secret machen Einen ziemlich guten Job dahin Die Offlane Low zu halten Und das mit nur 2 Helden Und kriegen sogar ein Kill Sind jetzt 1-1 Die Offlands laufen Quasi exakt gleich Und das Problem ist Papi im Wald Der für Secret doch einen großen Vorteil Hier rausholt Und natürlich jetzt Level 6 Und die erste Rotation Mit dem Ersten Black Hole Sieht hier kein Wort Aber hatte wahrscheinlich Auch hier gesehen Okay Die ersten Weiß nicht Die ersten kamen hier hin Aber die Ah Daneben mit der Fischer Aber hat gesehen Die Adelons kommen nach links Von daher wird Papi hier wohl irgendwo sein Aber Findet hier nicht Die richtigen Engel Um den Go zu machen Eventuell Beim nächsten Mal Aber noch Erstmal nichts über Kommt erstmal nochmal weiter Ist Level 6 Nach Casual 5 Minuten Wie das halt so Ein Jungle Enigma Oder zumindest Papi tut Ja Außerdem hat immer noch sehr gut Dass Sai Bisher nur einmal Dort gestorben ist Hat jetzt Boots first Ist kein Keine Bottle Das Low hier kommt Auf Artikel raus Artikel wird tatsächlich Gegoat Five Flyer jetzt ready Aber nicht nötig Es vor wird vom Tower Wieder zurückgetrieben Papi Farmt sich halt den Dschungel so Wie 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 er sie Gefällt Ist in seiner Welt Und wird er erstmal Die Weile nicht rauskommen Zumindest hat diese Rotation Er zuerst In Richtung RTK Die wehgeschlagen ist Passiert erstmal nichts Und ja Alle Camps gefarmt Papi hat das soweit Wie sieht es aus mit dem Smoke Nein kein Smoke im Inventar Aber sie riecht nicht Den Gang in die Mitte Und Papi Klar hatte Musste jetzt auch Creeps Camps warten Von daher hier finde ich Jetzt die erste Engage Oh Kuro Geht in den Go Auf Schön auf zwei Aber Hole wäre ready Und Black Hole auf zwei Noch gerade so Oh die Races kommen jetzt rein Bartz Bartz Triple Races Der Kill geht down Lanham geht hier down Jo8 lebt noch Kein Mana mehr für Races Jetzt geht der Mana fertig Long Ranges sollten hier bleiben Wenn er nicht die Vision verliert Jo8 muss es juken Schafft es aber nicht Long Race Kickt auf den Kill Double Kill Für Atizi Wichtige Kill Sowohl auf den Silencer Als auch auf den Sniper Und Wunderschönes Black Hole Von Papi Kommt zur richtigen Zeit Trifft das richtige Black Hole Und natürlich auch noch Kein Steel of the Rick Fahnden Liftfaschen raus Excellent executed Von Secret Kuro hat jetzt hier Ein bisschen den Block verkackt Aber egal Sind noch zwei Camps da Kann Papi auch so fahren So wie sieht es hier aus Die Grafen sprechen wahrscheinlich Sehr sehr weit Für Secret Tatsächlich War das eine Weile Vorne Für BG Da sie den First Blood bekommen haben Klar Aber dann halt Papi im Jungle Hat das Konsequenz runtergezogen Jetzt mit zwei Kills Die hier zwar nicht angezeigt werden Komischerweise Aber egal Mit den vier Kills Wo nichts da drin steht Sind Secret weit vorne Papi 54 Last Sits Troll 42 Last Sits Burning Farmt weiter Wird auch nicht so weit gestört Im Gegensatz zu Zu S4 Auf der Safe Lane Der natürlich mit dem Batrider Doch ein paar Denies Beziehungsweise ein bisschen Contests Hier bekommen hat Batrider Ist immer noch Auf der Off Lane Es hat bald Seine Bottle Wird die wahrscheinlich Holen Shadow Feet mit der Invis Rune Und jetzt benimmt Erstmal Sei tatsächlich die Safe Lane Oh Adhesi mit der Invis Rune Das könnte ein Kill Auf RTK werden Der Damage sollte vorhanden sein Und da kommt der Go Hier auf RTK Wird geslautet Damage ist drin Locker Damage Und ja Hat Stroll 42 Battle Trance Kaum gebraucht eigentlich Ist fast sogar nach dem Kill Rausgekommen Aber Eher sicher Als es dann Den Kill nicht zu bekommen Better safe than sorry Mag Overkill sein Aber halt Wichtige Kills Auf RTK Der gerade wieder zu Längen gekommen ist Und direkt schon wieder down ist Immer noch Level 5 Auf dem Batrider Keine gute Zaaah Boom Das War Kuro Und jetzt wird der T1 Tower In der Mitte gepressured Lüffe kommt jetzt hier raus Ja Und jetzt können sie hier Versuchen den Go zu machen Xiao 8 Wird geslaut Die Races kommen raus Und Tatsächlich Triple Race Easy Kills Hier von RTK Kommen raus Outplayed Und der Tower Wird auch noch denied Oder nicht Ja doch Wird denied 2 zu 5 Nach 9 Minuten Ja so viel Early Game In Action ist es nicht Nur dass wir gerade Secret Die wichtigen Kills rausholen Das Problem ist halt Der Kill auf Sai ist länger her War wichtig Aber ist länger her Jetzt nur der Kill Auf Kuro Einfach nur Der eine Support Kill Und dafür verlieren sie schon wieder Xiao 8 Das Early Game Sieht nicht so gut aus Für Big God Oh Hochshot Knapp daneben Gegen Eis Eis Burning wäre auch da gewesen Kein Omni Slash Wäre wohl nicht rangekommen Der Lift wäre vorhanden gewesen Weiß ich nicht Aber hätte ein Kill sein können Knapp daneben Aber für Sai Aber muss man dann versuchen Tja 51 Lastsitz auf Sai Äh auf Xiao 8 Gegen die 44 Lastsitz auf Shadow Fiend Kriegt also mehr die Kills Anstatt die Lastsitz Xiao 8 auf Sniper Hat er den Range Vorteil Und ganz gut Kann ganz gut farm Im Farm Sind Big God Nicht so weit Äh nicht so weit hinten Klar wir haben Papi da Der das ganze Ein bisschen ausgleicht Aber trotzdem Sai ist weit hinten RTK ist weit hinten Kann immerhin jetzt Stacks benutzen Kann halt im Dschungel farmen Silencer hat jetzt damit Sein Level 6 bekommen Auch ein großer Schritt für BG Als Eis Auch Level 6 Haben ein bisschen Space Auf der Bottom Lane bekommen Die wichtigen Sachen sind online Und Big God Kann jetzt anfangen Towers zu pressuren Erste Tower in der Mitte ist schon down Haben dafür bei Java 8 verloren Der zweite Tower Fällt jetzt Aber Secret wollen ihn nicht fallen lassen Rocket Spam Von Sai Level 3 Rockets hat Spammt also Rockets hier Sai hat Hookshot Würde es gerne auf RTK probieren Versucht das Nein Sind ein paar zu viele Helden Glaube ich Hier da von Big God Außerdem Ja Papi ist im Jungle Hat Black Hole Aber ist im ersten Moment im Jungle Ist nicht da Troll farmt Wir versuchen das ganze halt hier Naja auszusitzen Sodass Big God sich halt in die Tower werfen muss Secret verteidigen mit 3 Und wenn dessen kann Papi Im Wald Und S4 Auf der Top Lane fahren Scheint zumindest hier der Plan zu sein Funktioniert ganz gut Aber Naja Big God Fahren in den Jungle Gehen eben kurz zum Tower Machen ein bisschen Pressure Und wenn der Jungle wieder voll ist Dann geht es wieder zurück in den Jungle Also Verschwenden auch nicht so viel Zeit Trotzdem S4 pressiert jetzt den Tower Auf der Top Lane Troll Ulti geht raus Glyphil wird benutzt Und S4 geht jetzt erst mal zurück Glyphil gebraucht Mitte rotiert Und eventuell hier Einen Kill bekommen Schön gedodged Von Matisi Einfach mal das Oils benutzt Denn man hat es ja Und Gut Techniklich wenn er jetzt Zwei Bottleschlücke trinkt Und die Rune bekommt Mir ist egal gewesen Ob getroffen wird oder nicht Und Naja Wird halt tatsächlich jetzt der erste Smoke In Roshan Aber Big God scheint das zu spüren hier Die Eidolons wurden gescoutet Von daher können eigentlich Siegelt gerade nicht da rein Aber vielleicht kann es ja ein Rapparound werden It's a Trap Die Supports versuchen das Ganze zu farm Und jetzt könnten sie hier rauskommen Die Frage ist Sie gehen nicht nah genug An Roshan rein Um halt wirklich die Trap zu ermöglichen Aber jetzt geht es dran Slows drauf Noch beide hier Papi könnte hier Eventuell was Gutes treffen Aber Sieht nicht da gut aus Der Harios kommt raus Sowohl Last Word Als auch der Assassinate kommt raus Mech kommt raus Wir wieder hochgebottelt Aber hätte schlimmer sein können Auf der anderen Seite RTK geht sehr weit oben down Wurde von Sai wie es scheint gefunden Und Verarbeitet Kringgewichtige Kills Haben aber immerhin BG Roshan verhindern können Obwohl sie sich Vielleicht Ich bin mir nicht sicher Ob sie sich sicher Oder Ob sie sie Wissen Dass sie den Roshan Gerade Damit verhindert haben Aggressive Ward Wird wieder gesetzt Und Kuro kommt halt direkt hin Setzt eine Sentry Vielleicht Oder auch nicht Na gut Ping kommt raus Kuro Will er jetzt worden oder nicht? Ist nicht sicher Wird geworden Anscheinend will er nicht Worden Burning Die Night Die Mittel Tower Somit Alle Täter 1 Die bisher down Sind nach 13 Minuten Wurden die Night Und es sind nur ein Tower Also so viele So viele Tower Sind das nicht Rtk Kriegt schön die Mask of Madness Und Rocket Das ist auch bitter Aber es kommt Der Blinkdecker Für nicht mehr Da kommt BKB Wird es also Für Papi Erstmal klar Ist einfach zu viel Was durch Was Was von BKB Geblockt werden kann Auch der Silence Muss halt von BKB Dann auch unterbrochen werden BKB an Im Global Silence Ist halt so Die Einzige Möglichkeit Denn Der Global Silence Wird immer für Papi Da sein Damit es nicht geblockt wird Ist es da einfacher Ich glaube es war aber so Dass du Natürlich im BKB Noch gesilenced werden kann Das BKB aber den Silence Runternimmt Von daher muss er Wahrscheinlich auf den Global Silence Warten Den runter BKB Und dann holen Und dann halt gucken Dass er bitte nicht Erstens das Hole Gestohlen wird Und zweitens Der Batrider Irgendwie von hinten rankommt Allerdings ist es halt Schwierig Quasi über das Hole zu blinken Und dann den Gold zu machen Aber apropos Papi Ist ja vielleicht ein bisschen In der Bredouille Zum Scouten Wird ein bisschen hier das Das Schrapnel benutzt Jetzt dass sie nicht mehr da ist Vielleicht aber ein bisschen hinten Jetzt kommt direkt der Engage Von RTK BKB ist noch lange nicht da Von daher Silence hier drauf Versucht hier irgendwie Noch drin zu bleiben Sind sehr low Juggernaut kriegt den Earthshake Aber ansonsten Verlieren sie dich den Global Silence Und es lasst so Ansonsten nichts Und eventuell mit dem Omni-Slash raus Könnten sie gleich reengagen Allerdings ist das Mag auf Papi Noch eine Weile lang down Und Assassinate Sollte bald wieder ab sein Kein Mana Für Sniper Wenn ihr das Mana hat Müssen sie halt aufpassen Weil Papi ist halt da sehr low Haben den Tower verloren Haben Kuro abgegeben Allerdings hätte das schlimmer sein können Und wieder der Deny von Papi Mit den Eidolons Gut gemacht Und BG hier Kaum Space geben Allerdings war das auch mit dem Ward Der natürlich gute Dienstleistet Jetzt könnte es aber allerdings Physically laufen Dass sie hier vielleicht Den Go machen Smoke ist da Kuro zeigt sich dem Ward Aber es blint noch erstmal auf Oh jetzt geht aber sowohl Haben jetzt die Atizie gesehen Der zurückgegangen ist Kuro der gesehen Zurückgegangen ist Und Lanham Sieh die zumindest kein Ward da ist Scoutet aber auch nicht Den Smoke Der ist zu weit weg Vier Helden Mit Smoke In den Radiant Jungle Sieht nicht so aus Als ob sie jemanden finden werden Auch mit der Haste Drohne Ist auch Lanham okay Haste Drohne läuft bald aus Aber erstmal Nichts gefunden Machen sie es Ein bisschen im Dschungel gemütlich Setzen einen aggressiven Ward Und gucken dass sie den Tower Gepusht bekommen Das kann er es vorher auch alleine tun Rocket versucht es Den Push auf die Top Lane So ein bisschen aufzuhalten Aber erstmal geht es In Roshan rein Und mit den Eidolons Ist es natürlich Auch recht einfach möglich Das zu tun Und BG haben eine sehr gute Eine sehr gute Position Hier wissen natürlich Dass Roshan ab ist Und dass er gemacht wird Einfach weil sie hier Ein Ward hatten Und die Eidolons reingegangen sind Nicht wieder rausgekommen sind Aber können sie nicht dürfen Finden hier tatsächlich Aber Lanham Und wenn Zai da Einen Hookshot findet Könnte es hier ganz gut sein Ich muss den Hookshot Oh und Lanham bleibt stehen Das Mit Versuch zu scouten Einen Hookshot Fake, 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 Fake Trifft Und holt den Killer Und Lanham Schön gemacht Ich glaube das ist da Schön rausgeworfen Von Batrider Aber geht dort Trotzdem down Roshan geht down Und das sollte Zumindest der T1 Auf der Bottomlane sein Schön Auch schön Bisschen mit dem Hookshot Gewartet Und ja Lanham konnte das nicht Juken Hat es versucht Aber es ging nicht Jetzt finden sie Burning Beziehungsweise Burning Findet sich Atisi Omni-Slash Aber ja Level 2 Hätte eventuell sogar angehen können Shadow Blade Of Burning Ok Eis ist Eis Findet sich Rubik Woops Ja gut Sie haben halt da Die Wards Langsam glaube ich Finden das Big God Auch heraus Was wurde hier benutzt Nur die Rocket Und ansonsten Papi holt sich alleine Den Rubik Ok Nicht schlecht Aber ja Mehr kommen raus Eine Sentry ist da Für Lanham Mal schauen wo er hin Sehen stellt Wird wahrscheinlich Die eine Ward Die Warden Aber die andere Ist immer noch da Jetzt wird RTK gefunden Hier Ist schon low Mal schauen ob Kuro Hier die Fischer trifft Ja die Rocket Kommt auch Hat aber nicht getroffen RTK geht low Und dabei hat sich Noch niemand Wirklich nahe gezeigt Burning Findet jetzt Hier Atisi Und aber Atisi Hat natürlich Das Oils Und da wird es schwierig Hier was Zu finden Aber Rotation sind da Da ist Zhao 8 Und ja auch Burning Atisi weiß Dass er ihn wohl jagt Aber hat zum einen Jäges Und zum anderen Das Oils Und das Miracles Ok In der Mitte aber Apropos verpassen Wieder Hookshot Wieder der Go Of Lanham Und eventuell sogar mehr Hier finden sie sogar noch Eises Eis Der hier mit Maledict Gut gesloth wird Sei es da Und zu guter Letzt Kuroki Mit der Celeb Mit der Feiernden Fischer Nach dem Kill Schon drauf Aber naja Zwei Kills Auf die beiden Supports Secret finden sie aber auch immer wieder Ist jetzt 3 zu 10 Mal schauen ob sie das Speed machen Kuroki findet jetzt Burning Oh das ist eine schlechte Idee Macht einen schönen blinden Stun Aber es reicht nicht ganz Juggernaut Findet aber nur den Omni-Slash Jetzt Omni-Slash Für 115 Sekunden Down Nur Auf Kuro Auf dem Earthshaker Ob es das wert war Nicht sicher Müssen wir jetzt schauen Finden noch den Top Tower Alle T1 Tower Sind jetzt hier down Und mal schauen Ob sie weitergehen Das sieht aber eher Nicht so danach aus Omni-Slash Ist draußen Der Rest ist aber noch online Gucken vielleicht eher Dass sie mehr Pickoffs bekommen Tja Shadow Blade Juggernaut Mal schauen ob sich das Durchsetzen wird Beziehungsweise ob er damit Erfolgreiche Aktionen macht Hat bisher halt hauptsächlich Atisi scouten können Aber Atisi kann er halt Auch nicht alleine töten Mit dem Mit dem Oils Ist es da zu einfach Überleben Die Aegis sollte auch Langsam auslaufen Ja Sind aber noch Zwei Minuten Aber Sai hat jetzt Ein großes Problem Und kann die Cox Rausholen Aber es bringt natürlich Nichts gegen RTK Und kann nicht mal Zurück irgendwie Schießen Aber damit Forstuff Aber trotzdem Kommt er nicht weg Secret Versucht er jetzt zu Engaggen Es Forst da Kriegt den Kill of Lenin Dominating Streep Star down Ice is ice Oh Wird tatsächlich nicht gesehen Uh Und die Fissure kommt Way zu lang Ah ne Quatsch Ja das wird nicht gesehen Weil es war so ein Teammate Und der scoutet die Natürlich nicht an 1 zu 1 Aber schöner Engage diesmal Von Big God Dass sie da schön Sai bekommen Haben Dominating Streak Bekommen Und Wichtiger Pickoff Ice is ice Wird hier Erstmal noch nicht gesehen Zeigt sich noch nicht Trotzdem Ist halt auch die Frage Ob Secret da halt Wirklich reinkommen Wollen Denn alles ist ab Omni Slash Ist jetzt ab Und Artisi Vielleicht ein Pancake Hier Secret von hinten Wenn Versuchen Irgendwie Autikate zu bekommen Aber der geht einfach weg Wird für nichts getroffen Papi Wird low Burning Versucht er hinter mir Zu kommen Und Kommt ran Mech wird gezündet Und Black Hole Nur auf Burning Allein Die Frage ist Global Sinus Kommt nämlich raus Unterbricht das Und Burning kann einfach Rausbinnen Auf der anderen seite Was sind es auch noch So für kids die auskommen Artisi battelt sich Ein bisschen mit RTK Kommt aber nicht ganz ran Der shot trifft nicht Kilt nicht ganz sei Trotzdem Artisi ist sehr weit hinten Hat keine Aegis mehr Die wurde anscheinend In den Luft gejagt Hat seine Aegis verloren Trotzdem aber Hätte für beide Seiten Wesentliches immer sein können Black Hole ist draußen Global Silence ist draußen Trotzdem Black Hole hat natürlich Länger und cooler Als Global Silence Alles in allem Wenig passiert dafür Dass Secret doch So weit voraus sind Wir schon mal Auf die Graphen gucken Dann haben wir Okay knapp 3000 Gold Nicht so viel da Aber wir wissen halt auch Im letzten Game Secret hat da auf einmal Ein, zwei Exchanges geholt Und haben das ganze Ding gedreht Sonst jetzt mit dem BKB Auf wenig mehr Könnte das vielleicht Schwieriger werden Andererseits Batrider Ist da auf BG Und Ist natürlich meistens Auch ein Garant Für gute Fights Papier mit dem Smog Um schnell Nach vorne zu kommen Und wahrscheinlich Aber den zweiten Smoglöch ab Benutzen wird Sei halt auch Gesmogt Aber nach vorne Tippet Sie gehen rein Werden von dem Observerwort gesehen Und jetzt werden sie Alle gesehen Aber der Huckschott Kommt rein Aggressiver Huckschott Direkt auf Jawa-8 Wird gefunden Aber auch zurückgeworfen Das ist vielleicht nicht so gut Zweimal die Cox hier Und Jawa-8 geht down Konnte seine Double Damage Brune Nicht benutzen Immerhin Return Kill für Zai Wird down gemacht Adisi Ah wird von Omni-Slash unterbrochen Kriegt sein Requeam Nicht raus Und macht den Boom Aber es macht nicht so viel Boom So wie es ausschaut Eins zu eins der Trade Beide Teams ziehen sich zurück Schöner ein Gate von Zai Schöner Trade auch hier Jawa-8 für Zai Ist ein sehr schöner Trade Hier Hau mal auch den D-Ward Des D-Wardes hier G-D-Wardet Und natürlich dann ganz klar Dass dann Ward ist Aber auch schnell wieder D-Wardet Hier ist auch kein Ward Und Ja Wurde aber auch hier gesehen Von daher auch rausgepinkt Von Burning Dass hier wahrscheinlich Irgendwo ein Ward stehen wird Vielleicht werden wir da auch Demnächst D-Wards sehen Bei RTK Der hätte demnächst Unbedingt sein BKB braucht Was kommt da angeflogen? Ein Gem Ne, ein Gem für Lanham Und Jawa-8 Hat das komplette Fertig? Ne, ich glaube Der fehlt mit Thrillhammer Der fehlt ihm noch Und dann 1.600 Tatsächlich Ach Quatsch Das ist Jawa-8 Ja Jawa-8 Von daher hat jetzt Sniper Sein BKB fertig Und RTK Ist da noch ein bisschen Von entfernt Im Nerdworth Sehen wir halt 5.000 Nerdworth Das ist halt nicht so viel Jetzt finden sie Kuro Kuro ist Invis Aber Sie haben hier die Ward Oder nein Nicht diese Ward Sondern diese Ward Die hier spottet Und Oh Auch wieder groß Eis ist Eis 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 Klaut sich die Fischer Schon wieder Ein schöner Kill Auf Kuro Finden sie einige Letzte Zeit Von Schönes Timing hier Und es wird tatsächlich auch First Item Butterfly Für Atizi hier Wird es wohl Wie sieht es mit dem MKB aus Für Jawa-8 Dauert noch eine Weile Noch nicht angefangen Von daher wird das Butterfly Erstmal Praktisch sein Passend sein Und wenn er mit dem Oil Zeit auch die Hauptteil Des Omni-Slash Abwählen kann Ist natürlich auch ganz gut Smoke Vielleicht von Secret Hier Hat jemand einen Smoke Sieht nicht danach aus Whoops Burning wird gefunden Oh oh Versucht hier rauszupehlen Wahrscheinlich Und Black Hole Alleine für Burning Ob das so notwendig war Bin ich mir Nicht so sicher Klar Der Omni-Slash Aber ich weiß nicht Ob sie dann noch was anderes hatten Kuro hatte auch noch Einen Echo Stomp Wäre vielleicht weniger Oh Buyback von Juggernaut Kommt hier direkt rein Machen den Golf Secret Auf S4 Finden S4 Bring ihn down Ja Artisi macht Bumm Und wird gestohlen Von Rubik Bringt aber vielleicht Nicht so viel Oh und schon wieder Geht Kuro down Aber trotzdem Bisher lohnt es sich noch Doch Burning Kommt hier nah dran Aber schöne Koks Hier zurückgemacht Seien mit den Plays Artisi Versucht hier wegzukommen RTK ist ihm auf dem Fersen Weitere Slows Wie sieht es mit Four Steps aus Sieht nicht gut aus Versucht hier die Bäume Weg zu machen Aber Artisi Wird hier anscheinend Down gehen Hat noch einen Oils Aber nutzt es nicht Dominating Streep Für Artisi geht down Und jetzt lässt sich der Beiberg schon von Burning Gelohnt So wie es scheint Ja 800 Gold hier bekommen Das ist den Beiberg schon wert Und sie kriegen Tower daraus Guter Fight Für BG Und sie kriegen dafür Nicht ganz Rorschern raus Der wird auf jeden Fall Contestet Ja Hashtag worth it Top Pushed Für Secret Aber nicht so schlimm Der Tower sollte es gleich Zurückwerfen Cutter Wave ist es auch nicht Tja ich glaube Papi Braucht langsam den Blink Dauert aber noch ein bisschen Nächster D-Ward hier Halt mit dem Gem Kann man einiges anfangen Schleunigst in die Richtung Bewegen Bewegen Juggernaut Juggernaut Illus Scoutet nichts aus Sieht auch Dass Roshan wieder da ist Und jetzt Warten Secret Weiß ich nicht Ob sie gesehen haben Dass Roshan wieder da ist Zumindest BG weiß es Aber auch BG sehr defensiv Hier Atizi Ist die Bait Versucht hier es zu turnen Da kommt Sai Kommt in den Hook rein Und Zauert geht auch schon Fast direkt down Aber kriegt noch das Tatsächlich noch down Eis ist Eis mit dem großen Ulti hier Einigst nämlich auf S4 Der wird gemackt Aber vielleicht hilft es nicht ganz Burning Könnte hier down gehen Burning geht down RTK Holt sich Atizi In Gefahr Muss jetzt hier Eulsen Und Global Sinus Kommt raus Kann natürlich den Global Sinus Direkt loswerden Aber wird gekitet Ohne Ende Da kommt die Fischer Schöne Fischer Aber das Death-Ulti geht down Nicht viele Souls Da geht nicht viel down Rubik mit einem Double Kills Hier 1 zu 3 Bist hier der Trade RTK In Gefahr Könnte aber Sai Halt auch noch down gehen Trotzdem Schöne Cox Die wieder raus pushen Ah die Rocket Macht nichts Und wieder ein 1 zu 3 Trade Black Hole war halt auch noch down Bisschen zu früh gefeitet Vielleicht Aber schöne Fights von BG Hier raus kommen Und definitiv Das Game Gerade wieder Komplett even gedreht haben XP Und Goldkraft Sind even Und das Game Ist jetzt auf einmal Even für beide Teams Es bleibt spannend Zhao 8 übernimmt den Net Worth Lässt sich zwar mal wieder hooken Aber er überlebt tatsächlich Die Niche Echten Die ganze Zeit Das ist halt auch So eine große Sache Wie sieht es Sachen in Items aus Sniper ist dann auf dem Weg zum MKB Ist immer noch das Butterfly Natürlich auf ATZ gesehen In letzter Zeit vielleicht ein bisschen häufiger gestorben ist Wir haben Silencer Die haben Forstelf geht Rubik, der in Forstelf hat Klar gegen Clockwork Ist das ist auf jeden Fall wichtig Juggernaut geht auf das Agenda ist wohl Batrider auf das BKB Auf der Seite von Secret Haben wir Papi Der wohl Bald sein Blink hat Wahrscheinlich nach der nächsten Wave Wird entweder den Dschungelfarm Oder das den Carry überlassen Wir haben Clockwork Der auf das Agenda geht Gegen Juggernaut Eine ziemlich gute Sache Rein und raus Sehr schnell den Hookshot benutzen Einfach als dann Träule hat den Blink fertig Und ist auf dem Weg zu Man weiß es nicht Mal schauen Ja Kuro Wahrscheinlich auf dem Weg zum Blink Wie weit ist er Sehr weit entfernt Ist auch schon 1,6 Sehr oft gestorben Fast die Hälfte der Kills Ist auf Kuro Aber jetzt oben Toplane Burning Scoutet Den Gem Haben sie im letzten Fight Auch immer noch auf den Niedma behalten Das ist praktisch Da können sie es immerhin aufhalten Aber ATZ sehr oft gestorben Ist auf dem Weg zum Butterfly Aber sehr oft gestorben Jetzt wieder der Go auf Burning Aber Kriegt die Cox nicht rechtzeitig raus Sehr Kurzer Stun hier nur Von Sai Und ja Das war nicht so wie erwartet 2,6k Gold Mal schauen Ob er nicht mal hier Ob er nicht mal hier im Blinkler gekauft oder nicht Schön zusammen gemacht Ich bin mir nicht ganz sicher Macht er jetzt Midnight Puls Um zu scouten Oder Rocket Nein Das ist die Rocket Sehen hier auch sogar Ein Teil von Ruschern Aber jetzt nicht mehr Aber auch BG geht da nicht rein In der Toplane S4 Push den Tower Werden jetzt wahrscheinlich sogar eine Tower bekommen BG geht zurück Wollen halt gucken Vielleicht zu traden Und vielleicht einen guten Fight Hier raus zu bekommen Trotzdem S4 Sehr Sehr ängstlich Hier Muss aber auch sein Trotzdem sehen sie jetzt hier Wahrscheinlich recht viele Auf der Bottom Lane Na Sieht nicht so aus Trotzdem ATZ und S4 Auf der Bottom Lane Das kommt auf die Nichtjährigen an Wenn ein Batrider hier Schneemann findet Und Schneemann bursten kann Bevor die TPs kommen Läuft das ziemlich gut für Siegelt Trotzdem Siegelt erstmal den Tower holen Können hier eventuell defen Aber beide Tower gehen sehr schnell down Und wenn wahrscheinlich TPs einer von beiden forcen wollen Siegelt geht nach vorne Versucht die TPs zu forcen Einfach um Space zu kreaten Und das schaffen sie natürlich auch Erste TP ist da Zhao 8 ist da Mit dem Sniper Und kann natürlich den Push auch einfach abwehren T2 für T2 Was prinzipiell Eher BG fördert Denn sie haben jetzt einen einfachen Roshan Access Healing Water hat auch Roshan rausgescoutet Aber War auch keine Gefahr So wirklich dann da Smokin' Roshan Nicht Smokin' Roshan Aber ein Goin' Roshan Das wäre für Secret jetzt ein böser Fight jetzt in Roshan reinzugehen Da kommen ein paar Illus Die erstmal scouten Lassen sie sich schon vorbei Nicht gedodged Und da kommt direkt der Go Wieder auf Diesmal auf Eis-Eis Der aber immer noch überlebt Sei weit drin Geht aber auch früh down Nein Mecha hält ihn am Leben Vielleicht kommt hier gleich der Shot Von Snipern Nein Es sieht nicht so danach aus Aber trotzdem S4 sehr sehr tief drin Sehr sehr tief drin Und ganz alleine hier drin Kein Go hier Und S4 stirbt inmitten von allen Und jetzt müssen Secret zurück Das war ein Fehler Und jetzt kommt der Omni-Slash raus Das ist bitter Und jetzt geht hier Papi und Kuro down Desaster für Secret Die im Fischer sitzt wunderbar Aber es hilft nichts Roshan geht auch noch an BG Katastrophaler Fight für Secret Ich weiß nicht wie weit S4 da reingedeiftet Das war ein krasser Throw Von Secret Nicht gut Nicht gut dafür Roshan geht dahin Juggernaut hat jeges Es vor ein bisschen lang S4 Secret müssen langsam anfangen Hier besser fights zu lassen Denn BG werden jetzt auch high ground gehen Die whole Möglichkeit ist zwar da Force darf tatsächlich für Nigma Okay Kein Blink Force der Viertes Aber es wird auch schwierig Hier durch das Durch das Schrauben Durch zu blinken Deshalb Kommt der Go Papi ist in 5 Sekunden da Von daher werden sie jetzt wahrscheinlich aufhören Nein Burning bleibt weiterhin Hier am Tower Fischer Hält erstmal Burning davon ab hier raus zu gehen Und jetzt wird der Go gemacht Haben sie überhaupt Silence Nein Papi wird direkt gelassert Und geht auch direkt down Buyback Muss hier kommen von Papi Hat Papi Buyback Papi hat Kein Buyback Für 140 Gold Das ist ein Desaster Das Ulti von Ertisi Macht einiges an Damage aber Und es ist immerhin bisher ein 1 zu 2 Der Game Job 8 geht down Burning kommt wieder Global Silence wird rausgemacht Ice Ice kommt rein Zieht das Ulti Und Kuro wird gefährlich low Kriegt sie nicht raus Hatisi versucht das Ganze zu turnen Aber Burning ist halt da Münder macht einiges an Damage Erst vor geht jetzt rein Aber es sind immer noch 2 gegen 4 Der Fight hier kommt Und 2 gegen 4 sieht nicht gut aus Hatisi geht jetzt hier auch down Hatisi hat auch kein Buyback Für 70 Gold Aber immer diese kleinen Dinger Beide 100 Jetzt hat Atisi Buyback Aber es ist auch schon vorbei Burning geht für den Thron Wir haben aber Buyback Hört jetzt auf Und geht eher in die Mitte Atisi muss Buybacken Ich weiß nicht worauf sie warten Anscheinend sowieso Auf das Buyback von Papi Denn Papi hat auf das Buyback Auf den Go von Papi Und jetzt ist es soweit Buyback und Mars TPs Hier unten hin Da kommt das erste DP Papi ist da Kein Buyback von Atisi Immer noch nicht Wo bleibt das? Burning Ist da Wann kommt das Hole? Das Hole lässt noch auf sich warten Papi ist da Kann 4 staffen Und muss jetzt holen Doppel 4 staffen Eis Eis ist auch noch Im Hole drin Das ist bitter Aber hat das Hole gestohlen? 4 Man Hole 4 Helden Aber es bringt das einfach nichts Wunderschön gemacht Aber leider Vollkommen umsonst Immerhin hat er Ein 4er Hole geholt Auch wenn es das Nicht so ganz Wert war Konnte halt nichts tun Secret Defendet immerhin noch Mit einer Mit 2 Racks Die nur down gegangen sind Trotzdem Desaster für Secret Secret sind weit zurück Linkt er jetzt Immerhin auch für Rubik da Nach dem ersten 4 staff Arganims ist fertig Für Sai Trotzdem Secret sind weit zurück BG mit einer 10.000 Gold Lead Und einer 10.000 XP Lead Da müssen jetzt die Fights sein Ein einziger Tja Ein einziger Fight Ist noch ein Secret Ansonsten könnte es hier In den Games Freigehen Super spannend Aber trotzdem Secret muss noch Einige Fights hier gewinnen Wenn sie das Game Hier noch gewinnen wollen Und das wird schwierig Finden hier Lennon Oh und direkter Hookshot Direkt rein Direkter Go 4 staff raus Und jetzt Schöner 4 staff Auf jeden Fall Java 8 ist alleine drin Aber Secret Freunde absolut nicht rein Kann ich verstehen Alle Ultis von BG sind ab Und keine Ultis von Secret Sind ab Wäre ein schöner Engage gewesen Aber der 4 staff Rettet natürlich Einfach immer Die Ultis kommen langsam ab Slam Dunk In 20 Black Hole Aber noch in 90 Und das wissen BG Und BG rennen in die Mitte Und werden das Auf jeden Fall Jetzt hier forsen High Grunt Push Kommt 5 gegen 5 Die Buybacks Sehen für Secret Fühlt recht gut aus Aber auch Für BG brauchen sie Nicht unbedingt Der Go kommt Und dann schauen wir mal Die erste Engage Auf RTK Aber schönes Oils Aber BKB wird jetzt ankommen Oder auch nicht BKB auf RTK Ist noch gar nicht vorhanden Uh das ist übel RTK geht hier ganz früh nach Auen Und Hookshot in die Mitte Von allen Jao 8 ist wieder gefangen Aber sei Wird hier wahrscheinlich Down gehen Kann er sich noch zurück Vorsteffen Aber Kommt tatsächlich weg Jao 8 in Gefahr Haben sie noch irgendwelchen Irgendwelchen Chase Es sieht bislang nicht so aus Als 4 Als 4 ist drin Wird geschottet Und Geht down Global Silence Aktiviert Trotzdem Burning Geht down Ice Ice Auch in allen drin Geht hier down Kann auch den Dunk Steelen Auch wieder Style Points Steht alle Ultis Aber Kann sie leider Nicht wirklich einsetzen Die Racks sind gedefft Und 1 zu 3 getraded Das sind auf jeden Fall Die Fights die zurückgekommen Holy Shit Guckt euch diesen Fight Recap an Da wird sehr sehr viel benutzt Schöner Fight für Secret Noch halten sie Aber sie müssen noch Einige von diesen Fights Bekommen Um hier wieder Richtig zurückbekommen Auf jeden Fall Wie man schon An diesem schönen Dip nach unten Am Grafen sieht Sie sind am richtigen Weg Ho Dart XP LeCole Ist wieder ready Und Sequels Sind demnächst Auch wieder ready Zu fighten Könnten eventuell versuchen Ohne Silence Hier was zu pushen Aber es ist halt auch greedy Roshan Dauert noch 2 Minuten Bis es demnächst wieder raus ist Ne, Yagis ist down Klar, das haben sie auch Burning gekehlt Weiß nicht wann Yagis down gegangen ist Ob sie Ob das Burning wusste Oder ob das wieder Eine knappe Sache war Achte ich nicht so ganz drauf Öfters Tja, aber auch Sniper Sniper hat immer noch Ein Item Platz Und noch einiges Hier bisher Gesick slotted ist Gleiches geht für einen Troll Der auf dem Weg zum Scuddy ist Und auch eigentlich recht Wenige Items hat Im Net Worth Sehen wir halt auch Troll auf 13.000 Und Sniper auf 20.000 Das ist halt eher Ateezy Der den Farm hat Crystallis Das ist am Weg zum Daedalus Muss man erst mal Buyback haben Buyback ist bislang Bei niemandem auf Cooldown Und von Secret Hauptsächlich komplett vorhanden Aber die brauchen es auch Wesentlich Mehr Als gerade BG Die noch komfortabel 2 Outer Tower haben Und Das Greep Equilibre Auf der Seite Wobei tatsächlich unten Doch eingepusht wird BOTs Für Puppy Der ist also ready Wenn es um einen Base Race geht Hat er dafür seinen Buyback aufgeben müssen Nein Er hat noch Buyback Die Ward Scoutet Die Rocket Scoutet erstmal alles aus Haben auch glaube ich Hier RTK gesehen Und haben gesehen Dass Rochner noch nicht da ist Trotzdem Secret erstmal in der Base Gefangen Können eventuell Ein bisschen junglen Aber halt auch nur S4 oder so Der da doch ein bisschen Mobiler ist Haben wir auch Einen defensiven Ward Und die Ward Sieht ihn ja auch nicht So ganz beim Jungle Und auch hier unten Nicht Nicht so wirklich Beim Jungle Secret Kommen jetzt ein bisschen raus Werden auch von dem Ward nicht Gescoutet Gem ist Immer noch Auf Puppy Der letzte Zeit Sehr sehr selten Gestorben ist 5 zu 2 nur Bei 21 zu 21 Tja Das wird spannend Der nächste Fight Entscheidet es Wie immer Gegen Secret Der letzte Lief ganz gut Aber auch der nächste Kann immer noch Der letzte Fight Für Secret sein Obwohl sie Buybacks haben Trotzdem Wenn sie jetzt hier Diese Buybacks Expanden Sieht es für die nächsten 6 Minuten Erstmal schwieriger aus Aber All TK wird hier gefunden Eventuell der Hookshot Of Sai Nein Aber es wäre auch nur Trap Beziehungsweise Juggernaut Wäre recht weit entfernt gewesen Das hätten sie sogar machen können Aber sie wissen doch nicht Wo Juggernaut ist Und der ist auch sehr schnell da Roshan In 1 Minute 30 ungefähr da Und das wird wahrscheinlich Der nächste Der nächste Austragungsort Des nächsten Fights Zwischen Secret Und BG Werden Ich glaube jetzt sind beide Erstmal defensiv Obwohl BG Über den River Gehen Trotzdem noch nah An Creephaves Sich verhalten Defensives Vision Von Secret Ist zumindest Auf der Topline Vorhanden Aber Papi Muss hier aufpassen Hat sein Force Death gebracht Burning Das schafft er nicht Da kommt der Omni-Slash Und da kommt der Kid Sehr greedy Und auch der Gem geht weg Haben wir die Rotation Da oben gesehen Aber er dachte Er kann das hier Hier juken Hätte es aber vielleicht Doch schon eher Vielleicht eher nach links Gehen sollen Um das Ganze zu juken Oder direkt in den Forest Zu juken Oh und jetzt geht auch nur Kuroki down Kurokai Secret versuchen hier Anscheinend Erstmal T2 zu traden Okay Papi Buyback Aber die Wags Gehen hier down Lüfe ist da Für Secret Besutzt ihn auch Herz Papi Wird wahrscheinlich Versuchen reinzukommen Aber er muss halt Auf den Global Silence warten Und das ist halt schwierig Wags Gehen jetzt hier down Aber Hookshot Wieder mal auf Silence Dafür ist es hier umzudrehen Ja Wird rausgeforst BKB aktiviert Aber direkt S4 Kriegt den hier RTK Wird low Hat keinen Force Keine Chance Da wegzukommen Geht auch noch dahin 0 zu 2 Verliehen hier 2 Aber kriegen die Melee-Rags Ich glaube das ist worth it Aber sind auch nicht fertig Lennon wird auch noch gefunden Und Global Silence Sollte hier Auch noch Damit down sein Buybacks Haben wir Von Den meisten Nur von Äh Nur vom Silence Weißt du nicht Lennon hat kein Barbeck Aber ist nicht so schlimm Tatsächlich ist aber gerade Roshan gespawnt Secret hat aber auch gerade Das Lack Dass er das Papier Dann mal zurück geht Und gerade in dem Moment Roshan spawnt Good times for Secret Die jetzt sich Nägis Snacken Und für den nächsten Fight Besser gewappnet sind Haben auch immer noch Einen T2 Tower Und Halten immer noch Machen es spannend 44 Minuten drin 23 zu 24 Kopf an Kopf rennen Die Grafen sind langsam wieder even War noch ein sehr sehr hoher Spike Aber Hier ist diese XP Exchange Von Fast 12 13.000 XP In einem Hit Burning muss jetzt aufbeinen Shadow Blade auf Cooldown Sei Versuch den Hookshot Aber Long Auf Target Hier Trotzdem Ist ein Arganems Ist schnell wieder online Und durch den Ward hier Sehen sie es auch ganz gut Wo Secret denn sind Papi hat sich den nächsten Gem gekauft Beziehungsweise den Gem wieder zurückgeholt Beide Teams wieder Wieder in den Gem Und beide Teams werden Also zumindest Dieser Ward wird Relativ schnell D-Wordet werden Lanham findet jetzt hier den Ward Und macht den Easy Kill Auf den Ward Easy Kill Auf den Ward Ja der Ward hat sich auch gar nicht Wehren können So Vielleicht sehen wir hier Einen Smoke von Secret Wenn sie alle in der Base groupen Sieht so danach aus Sie haben den Gem Von daher wissen sie Dass hier kein Ward ist Allerdings Zumindest baiten sie erst mal mit Atizi Die Critz kommen auch schon raus Mit Daedalus Haut der ziemlich hart zu Ist auch sobald langsam Gesick slotted Und natürlich Auf lange Sicht Das Olds noch wegwerfen Und auch auf lange Sicht Die Traits natürlich austauschen Die Aegis wird durch Weiß ich nicht Satanic oder so ersetzt werden Aber das Olds Tatsächlich auch schon ganz gut aus Um halt Leute zu fetten Finden hier RTK RTK mit dem Blinken Ein bisschen verkackt Aber kann hier ein Forster benutzen Trotzdem Hook Wird hier Findet hier Was ich sei Und will er den Hook machen Aber braucht er nicht Okay Braucht er jetzt wohl doch Overkill auf RTK Aber mit Full Force Auf ihn Hinunter Und auch den Kill Auf den Badrider geholt Secret finden hier ganz gute Kills Haben jetzt den ersten zwei Kills Vor BG Allerdings hat die Frage Was sie da rausholen können Können jetzt halt versuchen Den 32 Tower Vielleicht daraus zu bekommen Werden sie versuchen Ich weiß nicht ob BG Das Deffen werden Wahrscheinlich nicht Werden hoffen Dass sie auf RTK Keinen Buyback benutzen müssen Könnten aber durchaus Mit einem Buyback Sehr schnell Hier das ganze Turn Müssen Secret Sehr schnell reagieren Wenn er Buyback kommt Trotzdem natürlich Keinerlei Gefahr Hier erstmal Für Secret RTK sehr weit vorne Hat aber noch die Aegis Hat sie auch noch Eine sehr lange Zeit Zwei Minuten noch Vielleicht werden sie hier Sogar Buyback forcen Die nächste Killschiff kommt Und dann kann sich Zumindest RTK vorne hinstellen Und Buyback forcen Mal schauen Juggernaut Ist zumindest der Plan Die Elo Dass sie das tankt Und beziehungsweise Dass sie ein bisschen baitet Aber die Elo Kriegt sehr viel Damage Von daher Wird das gesehen Papi Ist recht low Aber Business Mega Heilt sich wieder hoch Trotzdem Naja Der Tower wird erstmal Gedefft RTK kommt bald wieder Und die TPs Kommen hier raus Secret haben sie Wieder zurück ins Spiegel Gespielt Sind noch eine Rags down Aber das macht Gerade nicht mehr so viel Kommen jetzt In den Zeitraum des Spiels Der definitiv Als Late Game Zeichnet werden kann Und Alles ist even Alles ist noch drin Wer jetzt keine Buybacks hat Wer jetzt zu greedy ist Wer jetzt ein Teamfight verliert Und zu viele Buybacks aufgibt Um den Deathbowl Push Zu erlauben Der verliert Große Grief Auf der Toplane Da muss jemand hinkommen Und das zu deffen Es ist S4 Die auch ein bisschen In einem Farm nachholen muss Im S4 Der bei 19.000 Immer noch Knapp 2 bis 4k Hinter den Kors von BG ist Und noch ein bisschen Farm braucht 4300 Gold Mask of Darkness Kann man definitiv Mask of Death Kann man definitiv Upgraden Mal schauen Aber hier auch Ob es in Satanic geht Alphenol Raw Life Wäre definitiv gut Von BG Denn so Sie haben halt nur Jawa Ate als Damage Plus den Juggernaut Und je länger Darin sie überleben Desto länger Besser ist halt die Chance Denn Secret basieren Hauptsächlich darauf Dass sie durch die Ultis Überleben müssen Sie müssen durch den Global Silence Rausbaten Oder rausforcen Und dann müssen sie Den Global Silence Überleben Dass danach halt Der Goam passieren kann Außerdem Muss die Muss halt die Lasso Initiation Überlebt werden Und deshalb sind Leben hier gerade Sehr wichtig Dafür Aber der nächste Hookshot Von Sai Wird hier von Jawa Ate gefunden Hookshot Nicht ganz gestohlen Jawa Ate Überlebt das Ganze Aber noch Mehrere Force Steps Und ein Mantel Halten die davon ab Aber R2K ist schon wieder drin Immer noch kein BKB Hat ein Force Steps Aber wird es nicht rausbekommen Geht es hier down Nächster Hookshot von Sai Aggressiv nach vorne hin Ghost Steps aktiviert Finden hier Lanham Könnten sie zumindest Dafür sorgen Dass hier kein Global Silence Rauskommt Und es sieht es wieder nach raus Buyback Buyback Nummer 1 S4 Geht low Muss den Cheese fressen Frisst den Cheese Und Atisi Kriegt das noch draus Aber Black Hole auf 3 Oh Gott Papi Aber wird unterbrochen Schön gemacht Immerhin Trotzdem Der Damage ist erstmal Getan Im Nachteil Denn Sai geht jetzt hier down Atisi Wird jetzt wohl Hier down gehen Und auch Sai geht ja down Wo ist die Eges Wenn man sie braucht Sie ist Gerade getimoutet Also ist schon länger getimoutet Holy shit was ein Fight Es sah gut für Secret am Anfang aus Aber auf einmal Kam halt der Omni Slash Und dann wurde es Black Hole unterbrochen Und das war ein großer Fight Jetzt Secret auf einmal hinten Zwei Buybacks von BG gespandet Aber Buybacks sind auch noch da vorhanden Wie sieht es mit S4 aus? Hat Buyback Kuro hat Kein Buyback Noch 200 Gold Remaining Bitter dafür Ohne Kuro 20 Sekunden noch Die Frage ist Was sie in den 20 Sekunden tun können Sie kriegen die Range Racks Das ist klar Wie viel kriegen sie sonst noch? Black Hole ist down Requiem of Souls ist down Glyphil wird verwendet Irgendwann muss man jetzt sowieso delayen Kuro wird da sein Buyback von Ja Buyback Muss viel expandet werden Die Tower gehen down Secret haben noch einen Fight Und müssen ihn bald tun Throne fast exposed RTK Wieder das erste Ziel Wird hier sehr lange Geperma-Stunnt Hier Schöner Ecoslam hier von Kuro Kann er es noch weiter down gehen Wie sieht es aus? S4 fightet sich mit Jawa-8 Und verliebt diesen Fight Wie es aussieht Auf der anderen Seite Haben wir hier Juggernaut Der gehuckt wurde Aber rausspinnen kann Die Back Erstmal von S4 Papi wird gelassot Und Jawa-8 haut den Damage rein Papi geht hier Wohl auch down Kuro versucht hier rein zu kommen Einmal zu zahlen Aber es sieht nicht gut aus Buyback von Papi Aber es sieht aus Als ob Secret hier Ihren letzten Atemzug getan hat Artisi ist noch da Artisi kann vielleicht Noch irgendwas tun Aber Artisi hatte auch Gebuybacked Es steht 3 zu 5 Und Jawa-8 macht einiges im Damage Der Throne ist exposed Letztens Atemzüge sind da Also Richtig großer Hook rein Aber Treibt alle auseinander Und das ist nicht das Was sie brauchen Trotzdem Jawa-8 geht down Kein Buyback Da ist Artisi Artisi macht den Damage rein Artisi macht den Damage rein Lanham geht down RTK Wird down gehen Lanham Wie sieht es mit Lanham aus Aber da kommt er auch nicht schlecht Nur auf Artisi Der kein Oils mehr hat Um es zu dätschen Artisi geht down Kein Buybacked Und da ist auch Papi down Secret GG Secret verlieren Game Nummer 2 Und es geht in Game 3 Super knackbe Sache Jawa-8 hatte kein Buyback mehr Aber Da haben sie einfach Burning auf dem Juggernaut Unterschätzt Beziehungsweise hatten keine Antwort Omni-Slash war wieder da Und Burning Holt das ganze Ding raus Was ein Fight 51 Minuten 51 Hin und her Super Aber dass der Fight Da in der Mitte Es war prinzipiell Der Highground Fight Der das komplett geturnt hat Black Hole war super Aber er wurde halt Direkt abgebrochen Bin ich ganz sicher Was es abgebrochen hat Silence glaube ich War es nicht Ich dachte Dass Rubik eigentlich Kein Hook gestohlen hat Vielleicht hat er nachher gestohlen Und hat den Stunt untergebrochen Kann so auf jeden Fall gewesen sein MVP Tja Artisi ist öfters gestorben Sai hat sein Bestes versucht Aber Sai hatte nicht den Impact Wie der letzte Game Im Batrider hatte Aber Batrider hatte In diesem Fall auf RTK Auch nicht den Impact Den er im letzten Game hatte Nicht so ganz convinced Außerdem Komplett ohne BKB Hier hat Batrider Recht wenig gebracht War ein bisschen underwhelming Trotzdem Zhao 8 und Burning Haben das Ding hier gerissen Und es geht ein In ein Game 3 Zwischen Big God Und Secret Bis dann